Musik Die topmodernen Bürogebäude haben eine absolute Vollausstattung. Lediglich an einer Stelle können wir einen Verbesserungsvorschlag machen. Was ist zum Beispiel, wenn die außenliegenden Jalousien wegen Wind automatisch schließen, der Mitarbeiter weiter Saisonne ausgesetzt ist? Insbesondere für Mitarbeiter, die auf Bildschirmarbeitsplätze angewiesen sind, wie Grafiker, wird das zum Problem. Hier können wir Abhilfe schaffen mit Folienrollos mit klarer getönter Durchsicht. Die Rollos können individuell eingestellt werden mit beispielsweise Fernbedienungen via USB-Anschluss, Laptop oder auch Apps. Wir bieten den Mitarbeiter die Möglichkeit, sonnengeschützt zu arbeiten an einem optimalen Arbeitsplatz. Musik Sie bekommen die Blendschutzanlagen der Firma Bürosysteme stocken in allen Ausführungen, allen Größen, allen Varianten. Sowohl manuell als auch elektrisch betrieben ist alles verfügbar. Musik Unser Folienrollos ist die Sonnenbrille für Ihr Bürofenster. Musik 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 Stich, schlitz, schlitz, schlitz!